Hallo euch allen, das sind wir wieder bei der Ultimate Codebreaker Challenge. Die dritte Challenge haben wir zu spielen. So, more or less, mehr oder weniger. Find out the hidden object to win. Do more, do less. Okay, jetzt stehe ich aber mal ganz auf der Seife. Do more, do less. Do mehr, do weniger. Hm, ich glaube, wir werden uns mal langsam ran testen, was das hier zu bedeuten hat. Tu mehr, tu weniger. Also momentan, muss ich ehrlich gesagt, da stehe ich komplett auf der Seife. Jetzt habe ich gerade mal gar keine Idee, was das hier bedeuten könnte. Do more, do less. Das erinnert mich doch echt fatal an diese Questreihe damals zu Halloween. Das war genau der gleiche Sabbel. So, do more, do less. Fail conditions. Aber das heißt ja, dass wir auf jeden Fall einen Hinweis bekommen werden, denke ich, ob wir mehr oder weniger tun müssen. Wir sind an der eigenen Einjahr-Linie in der Mahlzeit. Erster Versuch und zehn. Wir laufen erst einmal. So, es geht über Eddie George. Wir laufen über die Seite außen herum. Da hat Eddie George eine Lücke. Der ist immer noch auf den Beinen. Immer noch. Und ist in der Endzone. 99 Yards, Touchdown Eddie George. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte, also do more ist immer eine Woche drinnen. Do less. Do more, do less. Okay, probieren wir es nochmal. Also, jetzt sind wir gerade in die Endzone gelaufen. Das war zu viel. Wenn ich das richtig sehe. So, jetzt sind wir an der Sechsjahr-Linie. Das war ja ganz großartig. Aha, wenig Yards, do more. Das heißt, wir müssen mehr machen. Mehr als sechs Yards, aber kein Touchdown. Ach, du heilige Mutter Gottes. Testen wir uns mal langsam ran. Ich nehme jetzt mal die 50 Yard-Linie, wenn wir so weit kommen. So, dann gehen wir... Ah! Na gut, was? Doch, es war die 50 Yard-Linie. Dann schauen wir mal, was er uns jetzt sagt. Nein, wir müssen noch weiter. Du more ist rot. Wir waren also zu kurz. Also. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Wir müssen jetzt ja über die 50 Yard-Linie kommen. Dann schauen wir doch mal. Eddie George gibt Gas. Gehen wir mal hier ins Aus. Das ist die... Was war das? Wir sagen, der 33 Yard-Linie. Das hat immer noch nicht gereicht. Do more. Wir müssen noch weiter. Wir waren an der 33. Gehen wir jetzt mal bis an die 25. Und wenn wir so weit kommen, überhaupt. Doch, Eddie George kommt so weit. So, da haben wir die... 25... Ah, falls die 24 Yard. Ja, wir sind an der 26 Yard-Linie. Das war's. Wir sind an der 26 Yard-Linie ins Aus. Und das hat gereicht. Okay. Nehmen wir mal so zum Glück gehabt. Dankeschön. So, perfekt. Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.